Bin ich die Einzige, die nicht sieht? Ich sehe gerade auch nichts. Noch jetzt! Das ist ein Planet? Das sind verschiedene Planeten! Oder wir sind im Innern von Eternis! Ihr! Oh Gott! Inside the eye? Ja, sag ich doch! Wir sind genau drin! Oh, ihr! Eke, ich! Und jetzt? Wir müssen weiterlaufen! Das sieht aber krass aus hier, oder? Finde ich auch! Aber was ist das da oben? Ich habe keine Ahnung! Das ist das Auge! Oh Gott, was ist das denn hier alles? Keine Ahnung! Und hier sind irgendwelche Glitzersteiner! Was? Äh, was war das? Leute, guckt mal hier! Kommt mal hier! Was? Fass da mal rein! Was? Was ist das? Weiß ich nicht! Soll ich hingehen? Das ist ein Blitz! Fass da mal rein! Was soll schon tief gehen? Da hinten schwebt was an der Wand! Guck mal da hinten! Das war's rotes! Äh, Leute! Da! Nimm einen Ton-Mit-Chin! Wir müssen da rein! Los, komm! Das sind diese weißen Ungeheuer! Was denn? Oh! Ich habe sie brauchen Hilfe! Oh, was ist das? Das sind die weißen, die... Diese... Wie heißen die denn? Die sind sonst immer im Endeffekt? Gast! Gast! Oh nein, ich brenne! Oh nein, das ist gar nicht... Wir kommen wieder rüber! Ich schütte mich mit Wasser an! Ah! Schütte Wasser! Nee, 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 du kannst dich! Hier! Ich habe mein Wasser kaputt gemacht, so ein Mist! Leute, ich habe mein Wasser zerstört! Jetzt habe ich kein Wasser mehr! Egal, egal! Spring auf dieses Rauchdinger, da kannst du sonst hier rüber! Ja, da komme ich nicht mehr hin! Es ist vorbei! Ah, ich habe einen! Leute, es ist jetzt vorbei! Ich kann nicht mehr zurück! Echt? Wieso, du musst auf diese Rauchdinger! Wow, wie cool ist das denn? Ah! Ich wurde getroffen! Jetzt mitten rein! Ah! Ich habe ihn mitten in der Luft erschossen! Lebt noch einer? Nein! Äh, nee, ich glaube, wir haben sie, oder? Das ist so geil, das Spiel! Das ist so übelst genial! Ja, stimmt! Ich habe meine Schaufel weggeworfen! Wow, was ist das denn? Egal! Das ist mega! Also, du hast dein Schwert weggeworfen? Äh, nein, meine Schaufel, aber ich habe sie wieder! Hey, Leute, da oben ist der Blitz! Guckt mal! Ja, Leute, ich glaube, wir müssen nach da oben kommen! Ja, los, hinterher! Das steht ja auch da! Wir sollen auch hier die Teile von dem Eyebreaker besorgen! Also, der Eyebreaker ist bestimmt diese Kanone! Wie kommen wir da hoch? Oh nein, das war gar nicht gut! Spring raus, spring raus! Ich kann nicht rauskommen! Wasser, 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 Wasser! Okay, danke! Oh, Mädchen, ich habe keinen Wassereimer mehr! Was mache ich denn jetzt? Oh nein, da musst du halt meinen nehmen! Aber wie kommen wir da hoch? Nein, behalt du den! Ihr tut mir immer nur was hinwerfen! Ja, bestimmt mit diesen Gasdingern! Guckt mal, hier wieder! Ja, stimmt! Ja, los, komm, geh da hin! Oh, es ist aus! Oh nein, wir kommen einfach nur kurz warten! Jetzt, es geht wieder! Los, schnell, schnell, schnell! Geh hoch! Geh hoch auf den nächsten Stein! Oh, das ist ja cool! Da, los! Gleich hin! Okay, hier auf den nächsten! Das ist so genial! Ja, ich weiß! Das ist mega genial! Und weiter! Wie die das gemacht haben! Nein! Die Mott hat ja 50.000 Dollar gekostet! Leute, ich bin, glaube ich, gleich oben! Soll ich warten? Mein Gott! Ja, los! Seid ihr da? Und, 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 und? Schaffe ich es? Ja, du schaffst das! Ja, du schaffst das! Schaffe ich es auch? Oh, knapp! Oh nein! Okay, ich habe es geschafft! Leute, sollen wir da rein? Ja, mach mal ein Stück drauf! Kann man das mitnehmen? Ja, wir haben... Ich bin gleich gefallen! Du bist in einem... Du warst... Du hast irgendwas? Ja, du hast es auf dem Rücken! Guck mal! Du auch! Das stimmt! Oh mein Gott, was ist das? Warte mal, ich will mir das angucken! Leute! Das hast du, Mietchen, bei mir! Ja, bei mir auch! Was ist das? Das ist irgendwann ein Riesenvieh! Das ist ein Teil der Kanone! Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich sollte das da reintun! Was ist die Kanone? Oh, das ist drauf! Wow! Guck mal, hat es funktioniert! Missing two parts! Ja, zwei Teile fehlen noch! Aber was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Wir sollten zur nächsten Dimension, denke ich! Das stimmt! Wir sollen da nochmal rein, guck mal! Aber wie? Oha, ist das... Vielleicht wieder in diesen Blitz? Ja, würde ich schon denken, oder? Ja! Ach, wir müssen bis ganz hoch! Guck mal, da oben ist auch noch ein Portal! Das bringt uns bestimmt zu den anderen Bereichen! Ach so, stimmt! Und das rote scheint uns immer diese Dreiecke! Äh... Ähm... Das sieht man aus wie ein Bossfight! Nein, das will ich nicht! Was ist denn das? Da kommt der raus, Leute! Sollen wir vielleicht mal da hingehen? Leute, ich höre was! Das sind viele! Das sind kleine Kappen! Oh mein Gott! Was machen die denn? Die halten nicht vor, das sind kleine Roboter! Schutzroboter! Okay, solange wir sie besiegen können, ist alles gut! Generation Disabled! Okay, das Ding braucht Strom! Oh! Mädchen, rennt erst mal rein! Megaton! Nicht in den Laser rennen! Stopp, komm bitte! Da, ich hab was gefunden! Was? Da, das rote da! Ja, stimmt! Was ist das? Ist das ein Tier? Das ist ein Turm! Okay! Achtung, die Viecher kommen wieder! Ja, sie kommen! Die sind aber schwach! Das ist nur kritisch, weil es viele sind! Das sind halt viele! Ja! Wieder richtig! Ich muss was essen! Ich sterbe! Habt ihr auch schon gegessen? Nee, ich muss nichts essen! Und doch, ich brauch was! Ich nehm meine Ofenkartoffeln! Bei mir ist es sicherer! Okay, gut, ich hab gegessen! Aber wir müssen irgendwas finden, um da reinzukommen wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich sollen wir hier weiter, oder? Keine Ahnung! Guck mal, ob's da weitergeht! Ah! Was ist denn? Oha! Jumphead! Oha! Das ist ja cool! Wie cool! Das ist so mega cool! Der ist so genial! Oh, Leute, das ist mega cool! Du sagst, ich hab mir... War das doch nie so genial! Leute! Das Neverland alles findet hier so! Ich weiß! Das ist voll... Ah, ich brenne! Ey, warte, das sind aber ganz schön viele! Das ist nicht so gut, oder? Nein! Ah, Mist! Ich brenne! Ja! Was soll ich denn jetzt machen? Mama! Oh, danke, Mädchen! Zum Glück hast du deinen Wassereimer noch! Ich hab ja meinen vorhin schon benutzt! Und? Hier ist noch einer! Ja, los, wieder hoch! Hier ist noch welche! Komm, die kriegen wir! Ja, auf alle Fälle, ich bin hinter euch! Okay! Okay, guck, Leute! Ich hab nur gemerkt, das ist so wie diese Alien-Dimension von Half-Life! Okay, du bist gerade angewackelt gekommen! Nein! Nein, ich bin irgendwo... Ah! Doch, das schaffst du, oder? Wir müssen auch hin! Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Geht den Turm! Warten, ob du es wirklich schaffst! Ja, ich... Ich hab eigentlich... Ich bin schon gut, sonst... Sonst bin ich nicht so gut! Nein, ich brenne! Ich auch! Aber du hast nicht geschlagen! Entschuldige! Oh nein! Ich hätte mich wieder geflogen! Ich seh keinen mehr! Äh, Leute, ich glaub, wir sollen jetzt hier den Laser disablen! Right-click! Ja! Ja! Rechtsklicken! Los, mein Schatz, du darfst! Okay, ich mach mal, ja? Ja! Okay, und? Und? Ja! Was denn? Ach, wir brauchen noch den da hinten! Guckt mal! Wieso, was ist denn jetzt gerade passiert? Wir haben den Strom deaktiviert! Ja! Ach so! Ich hatte es falsch gesagt! Leute, guckt euch das kurz an! Wie Hammer hat die das gebaut? Das ist echt schön hier! Und da ist so ein Portal! Ja! Ey, ich find das... Leute, das war gar nicht gut! Du kommst bestimmt bei uns gleich wieder raus! Ich hab die Schifft-Taste losgelassen! Wo bist du jetzt? Wo bist du? Ich bin wieder am Anfang! Ey, das ist eine Abkürzung! Warum? Ich mach's auch! Ja! Wir haben uns alle zum Start! Wie cool! Ich lach mich das wohl! Dreh doch mal um! Hibst und trägst mit Mama! Wohin denn der Wittert? Warte! Ach, man kann's gerade nicht sehen! Hier dahinter ist eigentlich so wieder dieses weiße Augenlicht! Aha! Ah, da kommt aber wieder so ein Ding! Oh ii, da sind wieder diese Viecher! Ja! Aber zum Glück... Mama, du schlägst mich die ganze Zeit! Zum Glück sind die nicht ganz so stark! Jetzt müssen wir hier hin! Ja, los, komm dann hinterher! Ja! Hey, sind wir doch vorhin schon lang gelaufen! Nein, das ist jetzt die andere Seite! Sieht alles gleich aus! Schaut mal, da sind kleine Eier! Wo denn? Ja! Diese kleinen Eier, da kommen die raus! Ja, ich weiß, die lieben sie erst da! Deswegen hab ich ja am Anfang gedacht, das ist irgendwas... Oha! Der ist ja explodiert! Ich hab's gesehen! Das war noch nie so! Ja! Oh mein Gott! Ah, das sind voll viele! Ja, aber die tun dir nicht so viel! Nee, die halten auch nicht allzu viel aus! Die tun mir zwar leid, die kleinen, aber naja... Ja, aber das stimmt! Die sollen eigentlich einfach nur hier auf den Turm aufpassen! Das stimmt! Hier, jetzt guckt mal nach links, da sieht ihr wieder das weiße Auge! Wo ist das? Achtung, die Füße kommen! Ja, sonst schmeißen die anderen mir runter! Okay, gut, die haben wir auch! Warte, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht! Da oben! Da geht das Licht hoch! Ja, guck mal nach hier rechts! Okay, gut, los, da gehen wir hin! Was wohl auf den anderen Plattformen ist? Äh, nee, nicht nach hier rechts! Keine Ahnung, warum nicht? Weil hier kein Ding zum Weitergehen ist! Oh nein, dann müssen wir zurück! Oh nein, Leute, das ist wie so ein Labyrinth! Ja! Du kannst, mich hin! Merkst! Oh nein! Gut, na dann, weil hier lang? Vielleicht haben die das auch wie so eine Art Labyrinth gemacht! Ich denke auch! Wir müssen den Weg finden! Nur zu was? Ah! Was denn? Mann, die brennen die ganze Zeit! Entschuldige! Du musst was essen! Gut, dass wir so gut ausgerüstet sind! Ja! Ich glaube, ohne die Ausrüstung schaffst du das nicht, oder? Ich glaube auch! Muss man sich... Ja, die haben das auch in der Mod-Beschreibung geschrieben, dass du gute Ausrüstung brauchst! Ah, okay! Das ist Voraussetzung, um die Mod spielen zu können! Das war gut, dass du uns da so ausgerüstet hast! Und Mietin hat uns hier schön verzaubert! Oh Leute, das ist voll schwer! Wie kommen wir denn da hin? Wir sind wir schon wieder hier! Oh nein! Ah, wir müssen hoch auf das obere Ding über uns! Darf ich doch mit dem Strich? Hier, da lang! Ja! Ja, genau hier! Ach da! Habe ich doch gesagt! Wir müssen nämlich da rüber gehen! Ja, das ist schwer, da hinzukommen! Ja, keine Ahnung! Ah! Okay, nicht runterfallen! Wartet mal, Leute! Guckt mal da hin! Wie das aussieht! Oh! Oh, Leute! Das ist echt wunderschön! Das finde ich auch! Also ich glaube, da hat sich das echt gelohnt mit dem Geld! Ja! Die 50.000 Donner, das ist so genial geworden! Ja! Oha, jetzt kommen andere! Seht ihr das? Die roten! Nein, die roten! Die waren vorhin schon da, das sind doch die, die explodiert sind! Ach so! Ja! Damit kommt auch irgendwie so angewackelt! Oh nein, die sind gleich da! Schaut mal! Ja! Oh, es wäre schön, hier so lang zu fliegen! Ich weiß, ich mag das auch! Eigentlich ist das voll cool! Da kannst du auch nicht runterfallen! Ja! Das ist voll entspannt! Kommt rein, hier steht wieder weitgelegt! Warte mal, willst du es wieder machen? Ja! Ich mach okay, ja! Ja, hier sind noch sehr viel, ja! Vorsicht! Ich hab's schon! Ich muss es erst! Wo seid ihr? We drive the broken! Äh, wo seid ihr? Doom Breaker, ich bin... Retrieve! Ach, wir müssen jetzt wieder das Teil sammeln! Was heißt das denn? Na, dieses eine Teil von den Doom Breaker! Ja! Okay! Das ist da hinten! Ich spring wieder runter! Tschüss! Ja! Oh nein! Der Doom Breaker ist die Kanone! Ach, das Ding! Richtig! Das versuchen wir gerade wieder zusammenzusetzen! Eternis hat's doch zerlegt! Woher kriegen wir das dann, das Ding? Das kriegen wir... Naja, wir sammeln doch gerade die Teile, ein Teil haben wir schon, jetzt kriegen wir das Zweite! Ach so! Okay, dann müssen wir das jetzt finden, oder was? Ja! Da ist sie hier hinten! Ach da, jetzt sind die Stäbe weg! Genau! Ja! Der Laser! Die Laserstreifen! Da muss ich Michi not grillen lassen! Und siehst du hier, das zeigt dir bestimmt immer den Weg, das Rote, oder? Warte, du darfst mir hier langlaufen! Das ist nicht so gut, natürlich! Ist das eine Brücke? Ja! Hier sieht man die Blöcke und sich da... Ja! Das war gruselig! Ähm, okay... Ja! Das ist schon der Hammer! Äh, guckt mal! Ich warte dich mal um! Über das volle... ...durchsichtige... ...Universum! Ach, guck mal! Da ist es! Ich hab's wieder auf dem Rücken! Michi, das ist schon wieder! Du siehst aber aus wie so eine Schildkröte! Wie so ein Packesel, ja? Vor allen Dingen, unser Kind ist unser Packesel, wie geil! Ja, paar Michi, los geht's! Okay! Okay, der zweite Teil! Los geht's! Jetzt fehlt nur noch der eine, oder? Äh, ja! Okay, ein Teil noch! Missing One Part, siehst du? Okay, dann wieder durch den Blitz und zur nächsten Dimension! War ja doch ganz gut, dass ich gesagt habe, komm, wir fassen mal an den... Jetzt! Oh! Oh nein! Das ist, ähm, Glitzerstein-Universum! Glitzerstein-Universum, das Schlimme ist, das Areal sieht schon wieder typisch aus wie Bossfight! Nein, das sieht aus wie das Spiel, was wir früher mit Mietchen gespielten, aber als Brettspiel mit den Kristallen! Hör, der kennt ihr das denn nicht? Was? Wie? Was denn? Schaut doch da vorne! Was ist denn? Du wirst direkt einen Boss jetzt besiegen müssen! Oha! Wirklich jetzt... Wer ist das denn? Ich weiß es nicht! Der sieht komisch aus, der sieht aus wie eine Prinzessin, die sich in irgendeiner Galaxie... Oh mein Gott! Das ist kein Prinzessin-Mage! Es ist nicht Prinzessin-Beat! Oh! Aua! Mietchen rennt jetzt mal voll den Stahl rein! Das hat's mir wehgetan! Jetzt kommen noch seine Viecher! Wer ist das? Oh Gott! Was sind das für komische? Das ist seine Armee! Die sind nicht stark! Die können nicht! Nee, die gehen auf Mietchen! Das ist gut! Der rafft Mietchen an! Das ist super! Die können nicht! Hey! Von da oben kommt noch einer! Warte! Ich beschieße ihn! Ja! Das ist gut! Aua! Ich schieße ihn auch ab! Der Preis für die beste Mama der Welt geht an! Oh nein! Der kommt genau auf mich zu! Jetzt hat er es auf mich abgesehen! Oder? Ich schieße da hinten in das Ding rein! Ich werde hier voll weg geboostet! Wir müssen da hinten in das Teil schießen, was da oben ist auf den Himmel! Sicher? Weiß ich nicht! Nein! Ich glaube, das hat bloß eine Attacke! Oh Gott! Warte, hier sind mir diese Dinge! Ah! Der ist übelst krass, der Typ! Ja! Also ich mag ja so Fosskämpfe, aber der ist richtig genial! Oh mein Gott! Ja! Oha! Der brennt vor allen Dingen noch! Ich weiß! Aber die Effekte sind doch krass in seiner Zauberung! Pass auf! Er macht immer solche Fallen auf den Boden! Da kommt das nachher runter! Nein! Ich glaube! Oh nein, Mietchen! Es ist ein Brot! Genau das meine ich! Komm zu mir! Es ist ein Brot! Ja, es ist ein Brot! Das meine ich doch! Was denn? Da ist das auf dem Boden! Hast du das auf dem Boden gesehen? Ja! Ich habe ihn! Also wir haben ihn zusammen, aber ich habe ihn in den letzten Schuss gegeben! Vergiss die doch! Oh nein! Okay! Auf erst mal eine Kartoffel! Was machst du da eigentlich, Mietchen? Oh ja, Zielübung! Zielübung! Das ist ja cool! Oh, jetzt ist es weg! Ja, das ist weg! Okay! Und jetzt? Wohin jetzt? Oh, Mietchen! Jetzt würde ich denken, dass... Vielleicht mal wieder mit feiern! Schön! Ihr solltet auf jeden Fall bei dieser Mod mehrere Pfeile haben! Okay! Mama, willst du das Ding nehmen? Habe ich es auf dem Rücken? Ja! Jetzt hast du es! Ich will mich angucken! Du hast doch einen Pfeil in der Schulter! Das ist wunderschön! Herzlich willkommen bei Minecraft Shed-Kröten-Panzer-Nitterway! Du wirst recht ein Transformer! Ja, genau! Leute, wo seid ihr? Oh Gott! Mit einem Pfeil in der Schulter! Mama, wo bist du? Ja, Mama, wo ist es? Ich stehe doch da! Ich habe ihn noch ein bisschen angeguckt! Du musst kommen! Wo hin denn? Ich weiß gar nicht, wohin? Wo bist denn du? In den Pfeil rein? Na, durch den Blitz, ja! Ja! Das sind ja diese Portale! Oh ja, das ist ja der Letzte! Ja! Das ist cool! Okay, Missing One Part und... Okay! Ich sitze schon drin! Okay! Wir sollen jetzt den Kern zerstören! Vielleicht können wir jetzt Eternas richtig besiegen, weil wir ja in ihm drin sind! Wirklich? Ja, los, Feuer mal drauf! Du schaffst das! Okay, also, meine Lieben, dann beginnen wir zu schießen! Und, 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 und! Und? Du hast nicht getroffen! Du hast daneben geschossen! Soll ich es mal machen? Nicht so gut! Ja! Lauf die Mitte zielen! Warte, ich muss ein bisschen weiter nach oben gucken! Da ist noch was anderes! Oha, das sind so chinesische Zeichen oder irgendwas! Hier sehen Sie, Michin, die Kämpferin an der Kornkruppe! Oh, sie hat getroffen! Oha! Warte, werden wir jetzt nicht mitzerstört? Äh, das wäre nicht so gut! Ich habe keine Ahnung! Es wird alles gut! Aber das ist ein Feuerball, der auf uns zukommt! Leute, ich habe ein bisschen Angst! Also, jetzt finde ich es schon gruselig! Wir sollten ran! Ja, wohin denn? Wink einfach! Wohin? Sind wir jetzt raus oder sind wir jetzt? Es ist alles weiß! Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft! Wie cool! Leute, hier sehen wir nochmal alle, die mitgemacht waren! Ja, die ganzen Creator! Hier, der bekannteste! Ja, zeig mal! Der! Das ist der, den ich am ehesten kenne! Oh mein Gott, wie cool! Auf jeden Fall, großes Lob an all diese Ersterer, die Map waren! Richtig cool, also... Oh ja, ich muss auch sagen, die Map war mega, mega, mega cool! Vielen, vielen lieben Dank für diese mega tolle Map! Genau, wave wolf love! Das haut hier wirklich hin! Genau, na dann! Wäre es doch gut, wenn wir uns hier noch verabschieden! Genau! So, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr diese Mod findet! Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann fangt doch jetzt gleich mal an und klickt auf das Video, was euch jetzt hier eingeblendet wird! Bis bald, ihr Lieben! Tschüss! 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 Tschüss!